Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pumpkin Days. Wir schlafen mal 8 Stunden. Müsste perfekt passen. Ausdauer ist dann voll und wir kommen perfekt, dass wir uns um alles kümmern, weil vorher ist nämlich nur die Zeit. Okay, ich habe etwas in der Post erhalten, das ist schon mal schön. Ähm, hier. Cooking Channel, Ketchup, oh, das ist praktisch. Tomato. Okay. Und hier, Crofting Channel, eine Stahlbüllstärke. Okay. Ähm, dann schauen wir mal, hier ist nichts für mich. Oh, ist auch hinzudenken, dass das Pferd viel. Okay, ähm, da hinten ist auf jeden Fall das hier reif. Das können wir aber locker mit dem Harvest-Tenting wechseln. Okay, das ist Hafer, da brauche ich schon ein paar Samen von. Ähm, sonst ist aber, glaube ich, nichts. Gut, dann mache ich da gleich noch Wälder. Okay, heute auf jeden Fall wieder Festmusik. Yay. Ähm, ich bräuchte 10 Songen. Perfekt. Dann tun wir raus. Ähm, Equipment. Okay, ist Equipment. Ich habe halt immer Angst, wenn das irgendwie leckt, dass das Spiel sich aufhängt. Das ist so dauerhaft, meine Befürchtung. Da hat es doch noch einen Platz frei, ja. Perfekt. Dann gieße ich das jetzt noch und dann können wir eigentlich direkt losziehen. Okay. Unequipment. Verkauf mir das kurz noch, beziehungsweise ich muss noch ganz kurz in mein Fünchen reinschauen. In so einen Fall cementieren. Aber ich glaube auch nicht, dass ein Festival schon um 7 Uhr morgens losgeht. Ich rechne nicht vor 8 damit. Ähm. Ja. Ja, ist nichts drin. Perfekt. Dann schaue ich natürlich noch nach Missionen, hole mein Geld und dann fangen wir damit an. Und Takeo, ich meine, den sehen wir schon irgendwann. Und wer seine Milch... Okay, da gehen gerade ganz viele Leute lang. Okay, ich habe etwas in meine Fost bekommen. Oh, Takeo, steht da sogar. Ja, heute gibt es wieder einmalige Items, also das ist mir sowas von scheißegal. Außer es wird Pfeffer geben. Das würde ich vielleicht nicht nur nein sagen. Ähm, kein Pfeffer. Schwarze Bohnen, Paprika oder China, nö. Hier gibt es wahrscheinlich Fisch, ja. Auch vielleicht Pfeffer. Hier, Erbsenblatt, Koleskis, hier. Eine Birne. Okay, da gibt es auch wieder Viecher. Ne. Ich schaue mal noch nach da hinten. Okay, ach, das ist dann unsere Platzierung. Ich hoffe ja das Ganze zu die Bienen. Okay, der Typ macht neben dem Bürgermeister auch immer die Geschützen. Paprika. Ja, da haben wir angepflanzt. Wer Biene? Das sollte ich auch haben. Milch habe ich nicht. Tomate. Milch habe ich nicht. Doch eine einzige habe ich. Zwei Eier können wir auch annehmen. Bis dahin geht uns hier schon mal wieder ein Ei. So, dann rede ich gleich mal mit dem Bürgermeister, auf dem ich hier meine Bilder abgeholt habe. 1.500 für gestern und nochmal 400 für die Kaffeebohnen. Nice. Okay, ich glaube wir haben die Nebenkohle jetzt erstmal. Und dann können wir uns jetzt wirklich mal ein paar Tierchen kaufen. Okay. Wir haben bald ein... Okay, 10. Okay, ja gehen wir hin. Ähm... Dann kann ich mich aber meinen Aufgaben hier widmen. Und die Sachen holen. Ähm... Ja, Paprika haben wir noch nicht. Aber Milch für Biene und Tomaten, das sollten wir da haben. Dann nehmen wir das alles mal und in 10 sind wir dann zurück. Ähm... Tomaten... Verbine, Petunie, D-D-D-D-D, Feilchen... Ne, das sind alles keine Verbinen. Habe ich keine mehr. Habe ich keine mehr. Jetzt habe ich ein bisschen sammeln. Ähm... Melch ist süß. Enzeln, Lavendel, Montere. Okay, ich habe wohl keine Verbinen mehr. Gut, ähm... Muss ich halt ein bisschen sammeln. Ist nicht so schlimm. Ähm... Verbinen... Ne, habe ich tatsächlich nicht mehr gehabt. Ne, nehme ich jetzt eine Milch damit. Ähm... Milch ist eine einzige. Okay, ja. Morgens sammeln wir halt Verbenen. Muss ja nun noch mal Leuchten, die noch mal genau wollen. Oder sonst noch irgendwie ein bisschen. Ähm... Okay, Tarnis und zu Blake. Okay, zu Blake komme ich nicht, aber dann können wir dann morgen direkt mal wieder so aus uns ein bisschen umliefern. So... Und Verbenen muss ja mal nachschauen, was ich immer glaube. Ist super. Okay. Okay. Was gibt's hier? Okay, hier gibt's andere Sachen. Ähm... Okay. Und hier gibt's Wissen. So, dann sollte das gleich losgehen. Und hier gibt's jetzt nur noch aufgeregt. Ich denke, ich gebe irgendwann kein Milch. Okay, Hühnerallpaprika. Okay, Hühnerallpaprika. Ja, da müssen wir überall warten. So. Darf ich mitmachen? Der Fishing Contest... Äh... Möchtest du mitmachen? Ja. Ja. Okay, welche Kategorie? Äh... Novize. Ich habe keinen anderen Ball, glaube ich. Okay, der Winner von dem Fisch Contest wird, ähm... Wie viele Fische man fängt. Nach geht das jetzt praktisch. Sei sicher, dass du zurückkommst und mit mir redest, bevor der Timer ausläuft. Okay. Das heißt, ich muss mich ein bisschen beeilen. Aber okay. Also wir sollten dann mindestens, ähm... Wenn da noch 30 Sekunden steht, sollten wir mal unseren Arsch bringen. Also ich hoffe natürlich, dass wir das gewinnen, aber... Puh, ein Tiger ist Salma. Ich hoffe, wir dürfen die Fische behalten. Das wäre perfekt fürs Museum. Aber wir fangen jetzt halt einfach so viele Fische wie geht und hoffen, dass wir nicht Letzte sind. Das wäre cool. Und dass nicht so Mini-Dinger kommen. Das wäre auch nicht chillig. Datze. Haben wir schon eine in unserer Box. Gut. Wir haben eine Pizza dabei zum Essen, falls uns die Energie ausgeht. Also alles cool. Noch ein Datze. Ja, den können wir dann wieder mal verkaufen. Alles schön, dass man gleich hier in so einen Angelplatz gespawnt wird. Wahrscheinlich das Schlechteste, den man finden kann. Aber hey. Ein Datze. Ja, die Energie geht auf jeden Fall runter. Kein kleineres Feld, aber das ist eigentlich machbar. Ja. Okay, Tiger Salma. Geht ja einfach nur um den Betrag, wie viele Fische man fängt. Aber ich weiß nicht, ob es unterschiedlich um Fische geht oder halt einfach nur fangen halt einfach die meisten Fische. Egal welche Art. Ja, dann hätten wir auf jeden Fall schon mal zwei verschiedene Fische. Ist ja schon mal nicht zu schlecht. Ja, ich glaube, wir dürfen auf jeden Fall was essen, wenn ich uns meine Lieder so anschaue. Wir haben noch drei Stunden Zeit, das ist eine Stunde vergangen und wir haben schon einige Fische gefahren. Wahrscheinlich jeder andere, das Fünffache von unseren Fischen, aber wir machen das schon. Ich habe gerade eine Fliege, die mich gepflegt richtig nervt. Oh, das ist so nervig. Ich hatte letztes Mal eine Mücke im Bett und die ist aneinander mein Ohr vorbei gezogen und ich wusste genau, es sticht nicht gleich. Hat sie auch. Und das hat mich so aufgeregt und ich hasse es ja so sehr. Oh, chinesische Wohlhandskrappe. Ich glaube, wir haben eine andere Wohlhandskrappe. Aber die außer unserer Angel leidet auch richtig. Boah, ich glaube, ich weiß halt nicht, wie viel Zeit wir brauchen, um da wieder zurückzulaufen. Okay, ein, zwei Mal kann man noch angeln, dann muss man was essen. Okay, coole Musik auf jeden Fall. Ein Tiger, sei mal. So. Okay, der kleinerer, das sind glaube ich diese Tigerseimer. Also wie gesagt, ich bin froh, wenn da kein so mini Ding kommt. Ah, so eine Krabbe. Boah, ich weiß nicht, ob er bei 45 oder bei halblos laufen soll. Okay, und danach muss ich auf jeden Fall was essen. Nach dem Fisch. Okay, mal was anderes. Ich esse mal die Torte da von der Tessa. Ähm, Pi, Mie, Wagen. Okay, wir sind schneller auf jeden Fall, okay. Perfekt, wenn wir da schneller unterwegs sind. Ah, nach dem Fisch, glaube ich. Ja, wir sollten losgehen, oder? Also ganz ehrlich, wir haben unser Bestes gegeben, aber... Ich kann nicht zaubern, wenn da innerhalb von 10 Minuten nichts gehört. Äh, das nette. Lieber gehen wir ein paar Sekunden vorher. Okay, ich bin halt echt schnell unterwegs. Okay, soll ich für den Weg jetzt nur... Wo ist der Bürgermeister? Warte mal. Dann geht ja die Zeit, wenn ich auf den Map schaue. Scheiße, wo ist der Bürgermeister? Wo ist der? Ja, wo ist der? Wo ist der Bürgermeister? Scheiße! Wir müssen uns Gedanken machen, wo der Bürgermeister ist. Ich hab grad keine Ahnung. Ich speichere einfach mal, dann können wir neu laden. Hä, du kannst nicht während deines Minigames. Ja, wo ist denn der Arsch? Da ist er nicht. Steht der da hinten? Ich hab keine Ahnung. Und die Gewinner sind... Wir haben jetzt nicht gewonnen, weil wir nicht zurück waren wahrscheinlich. Okay. Was? Okay. Achso, es ging nur mit Länge. Ah, ich bin Dritter. Okay. 185. Ja, Dritter ist doch nicht schlecht. Alter, hab ich jetzt eine Panik gekriegt. Ich wusste nicht, wo ich hin muss. Ähm, okay. Sag der Bürgermeister irgendwas zu uns. Brauchst du etwas? Abigail. Ja klar, kann ich machen. Ähm, Abigail. Okay. Alter, ich hab'n halben Herz einfach krach gekriegt. Ähm, Abigail. Okay, dem steht's auch irgendwie... ... wie Schnittchen. Okay. Ja. Okay, einmal Knitter T-Shirt. Okay. Das können wir alles verschärbeln schon wieder. Okay, Kartoffeln. Aber ich muss mal schauen, ob ich nicht auch noch Steckrüben... Okay. Ach, das sind die Narzissen. So. Ähm, wie gesagt, ich muss mal schauen, ob wir Steckrüben... ... weil ich glaub, da müssen wir eine Fläche versenden, auch noch für den Auftrag. Wir haben das ja noch keiner angepflanzt, weil es die halt einfach nicht gab, irgendwie. Das ist auch scheiße mit dem sein Verkaufen, weil man halt irgendwie... ... ja, nur immer so die Hälfte kriegt. Ähm. Ähm. An den Kopf. Und hol' ich mir nämlich da gleich mal welche. Ähm. Nee. Okay, die zwei, ansonsten gleich. Die anderen verkaufe ich. Ähm. Die Tomaten kann ich wieder reintun. Und wir bräuchten... ... Eckrüben, dass ich die gleich zusammen verarbeiten kann. Die werden zusammen. Und dann hat mich noch... Okay. Die Fische tue ich immer alle hier rein. Und dann... ... morgen müssen wir das ja eh alles mitschleppen. Und dann schauen wir mal. Ach hier, den können wir stapeln. Weil das Geld brauche ich eigentlich grad nicht. Ähm. Dann noch mal ein paar Eckrüben als erstes. Schauen wir mal, wie das T-Shirt an uns aussieht. Ja, das sieht aus, wie so ein Nassdor sagt. Komm, wir tragen das freche Lila. Ist doch viel schöner. Ähm. Das kann weg. Das kann weg. Und das kann weg. Und das kann weg. Und das kann weg. Ja. Dann sollten wir auf jeden Fall ein paar haben. Zehn Stück reichen. Okay. Ähm. Hier sind so ein paar... Wir haben schon wieder keine Ausdauer mehr. Also unsere Ausdauer ist wirklich was, was schnell weg ist. So. Jetzt muss ich ja ganz schnell die Getroffel da rausziehen. Dann soll ich gleich zwei Runde Kartoffeln sagen. Ah. Außer. So. So. Die Kartoffeln muss ich verkaufen. Die Rüben kommen zurück in den Schrank. Und dann hole ich mir da irgendwas kleines zu essen. Okay. Meine Schnelligkeit hat aufhört. Ähm. Weiß ich nicht. Was ist denn da? So ein Crepeful? Komm, jetzt trinkt die Minztee. So. Ja. Aber ich finde nicht viel, aber das reicht, glaube ich. Aus meiner Sicht müsste das reichen, aber wir wissen ja, sehr anstrengender, als es aussieht. So. Ähm. Dann haben wir jetzt eins und über. So. Dies kann ich mir auch gar keine Sorge machen, weil ich da halt eben noch einen auf Vorrat habe. Ähm. So. So. Ein Equip. So. Was haben wir jetzt alles für Aufträge? Was kriegen wir jetzt hin? Außer die Pfefferkörner. Die kriegen wir nicht hin. Ähm. Ja. Bühne Ei. Zwei Stück Ferbene. Die habe ich jetzt auch nicht unbedingt. Müssen wir nochmal nachschauen, was es gibt. Ähm. Ah. Ich muss mal hier aufbüllen. Okay. Eier habe ich jetzt auch keine, aber da kriege ich sicher noch welche. So. Da läuft gerade ein Fünchen durch die Gegend. Okay. Schauen wir mal Fernseher. Okay. Und dann machen wir in diesem Stelle mal einen kurzen Faden. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weiter geht. Bye. Pumpkin Days. Youse. Bis dann. Bye. . U.